Selbst wenn wir allein sind, fahre ich ihm nicht weiter auf. Ich wünschte, ich würde ihm genauso viel bedeuten, wie er mir. Für mich ist er der einzige auf der Welt. Ich liebe ihn mehr als ich mich selber liebe. Danke, ich gebe uns das bezahlen. Ich liebe ihn gleich als ich mich selber liebe. Hallo, warum talst du mich da auch? Glaubst du an Schicksal? Glaubst du, dass alles vorherbestimmt ist? Dass jedes noch so kleine Detail seine Rolle spielt? Kann es sein, dass sich deine Gedanken nur in eine bestimmte Person drehen? Ja, kann schon sein. Gibt es für dich auch etwas, das du dir so sehr wünschst, dass du dafür sogar dein Pavel selbst deine Seele verkaufen würdest? Ja, ich wüsste schon etwas. Ich entschuldige dich, dass ich dich da mit reinziehe. Das ist ja nichts weiter schlimm. Eigentlich habe ich ja das Gespräch begonnen. Was ich ursprünglich fragen wollte war, hast du etwas dabei? Ist der Zufall zu weh? Habe ich was dabei. Das ist ja nichts weiteres. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020